Hallo, guten Morgen, meine Lieben. Wir haben jetzt irgendwas mit 8 Uhr? 7 Uhr? 7 Uhr 40. 7 Uhr 40 und der Bibo geht schon auf die Hand. Und Cookie mag den gerade nicht leiden. Aber er geht ganz auf meine Hand. Er ist ganz ruhig. Er hat mich gebissen. Und er sitzt schon auf die Hand. Nee? Hallo. Wir haben ihn echt lieb gewonnen. Und er ist total cool. Du bist ja ein Schätzchen. Ja. Sieht man im Video jetzt die roten Augen? Ja. Das ist ja ein Rotauge. Ich bin ein Loutino. Ja, ein schöner Loutino. Ein braver Loutino. Mach die andere Bande. Cookie ist beleidigt, weil der hat den gerade die ganze Zeit geärgert. Das ist ein Flummi. Ach, da ist er. Gestern Abend hatten wir noch ein kleines Malheur, aber da ist alles gut gegangen. Denn ich hatte ja den Flachs aufgehangen und der war schon so abgeknabbert, da hat der Kleine sich dann verfangen, der Flummi. Aber wir haben ihn zum Glück früh genug gesehen und haben ihn dann befreit. Oh, der Schätzi ist wieder super brav. Was machen die da unten? Wir sitzen da. Keiner. Wir bringen da rum. Wir bringen da rum. Wir bringen da rum. Wir bringen da rum. Wir bringen da rum.